Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 1. Juni. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier und ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet und am Ende ein kleines Jubiläum aus eigener Sache. Wir beginnen mit Laptop-Bands, gehen zu Intel Coffee Lake, zu Windows 10 Notebooks, zu Nest, zu Acer Iconia, zu OnePlus 5, zu Twitter, zu Alexa, zu Carpool Karaoke und zu einem neuen Pokémon spielen. Wir beginnen bei Laptop-Bands und das Thema beschäftigt uns jetzt auch im Geek Talk Daily schon seit einigen Wochen, würde ich mal sagen. Im Endeffekt geht es darum, dass die USA von 10 Flughäfen aus Laptops im Handgepäck verboten hat. Daraufhin gab es die Gerüchte, dass es auch generell ausgeweitet werden sollte, dieses Verbot auf alle Flüge aus Europa. Letzte Woche hatten wir dann die News, dass dieses Verbot quasi vom Tisch sein soll. Jetzt wiederum gibt es wieder neue Gerüchte, dass das vielleicht sogar auf weltweit ausgedehnt werden könnte. Offensichtlich hat die US-Administration nach wie vor Pläne in diese Richtung, trotz der Gerüchte, dass das angeblich vom Tisch sei. Wir dürfen gespannt sein. Ja, generell gibt es ja einige Bedenken von Sicherheitsforschern, dass das eine schlechte Idee sei. Schließlich unendlich, wenn man all diese Akkus quasi dann im normalen Gepäck transportieren würde, wäre da sehr viel gefährliches Material auf sehr engen Raum und vielleicht auch unter Bedingungen, die nicht gut für diese Geräte wären. Dann bleibt abzuwarten, was tatsächlich rauskommt. Sagen wir mal, eigenartige Ideen aus den USA gibt es in den letzten paar Monaten ja mehrere, ohne jetzt eine politische Debatte aufzumachen. Wir kommen zu Intel und die haben wieder auf der Computex, wir sind wieder zurück auf unserer Messe in Taiwan, neue Prozessorengenerationen angekündigt und vorgestellt. Neben dem gestern sehr beeindruckenden i9 gibt es jetzt die neue Architektur. Sie wird auf dem Namen Coffee Lake hören, das ist nichts Neues. Auch die Leistungsdaten sind jetzt nicht großartig überraschend. Wieder wie immer weniger Strom und mehr Leistung. 30% mehr soll das Ganze bringen als aktuelle CPUs. Wir dürfen gespannt sein, wann die tatsächlich verfügbar sind und vor allem auch in großer Stückzahl. Die nächste spannende Frage bleibt, wo die integriert werden. Die ersten Gerüchte gehen schon Richtung MacBook Pro. Das sollte ja vielleicht nächste Woche aktualisiert werden. Kann ich mir schwer vorstellen, nachdem das jetzt erst angekündigt wurde, zumindest nächste Woche werden wir den dann noch nicht sehen. Aber wer weiß, wir dürfen gespannt sein und werden dann ja sehen, wann das Coffee Lake quasi endgültig verfügbar ist und in welcher Stückzahl. Wir kommen zu Prozessoren, die bereits verfügbar sind, nämlich dem Qualcomm Snapdragon 835. Das ist ein sehr potenter, mobiler Rechner auf ARM-Basis. Und es gibt ja schon länger die Gerüchte, dass Windows 10 auch wieder einen ARM-Ableger bekommen wird. Das soll jetzt soweit sein. Asus kündigt gemeinsam mit HP und Lenovo auch übrigens die ersten Notebooks an, die auf einem Qualcomm Snapdragon 835 setzen und dennoch auf Windows 10. Wird spannend werden, vor allem einerseits a, was das dann tatsächlich leistungstechnisch bedeutet, auf der anderen Seite aber auch, wie dann die Preise in diesen Bereichen aussehen wird. Wenn man sich aktuell Handys ansieht, die auf diesen Prozessor setzen, die sind ja doch alle durchaus relativ teuer, zum Beispiel der Samsung Galaxy S8. Aber unterm Strich geht es vor allem darum, dass man sich eben sehr viel Leistung und extrem lange Batterielaufzeit von diesen Prozessoren erwartet. Die ersten Tests werden dann mehr Infos dazu geben. Wir kommen zu Nest, einer Tochter von Google. Die haben heute eine neue Kamera vorgestellt. Die lautet auf dem Namen CamIQ. Im Endeffekt ja, eine große Verbesserung zu den bisherigen Kameras. Sie setzt auf einen 4K-Sensor, zeichnet aber eigentlich nur in Full HD auf. Die 4K-Funktionalität kommt nur beim Zoomen in Einsatz. Ab 13. Juni soll das gute Stück bereits in den Handel kommen für 350 Euro. Eine ordentliche Stange Geld für allerdings auch sehr, sehr gute und sehr beeindruckende Technik. Wir kommen zu Acer. Die haben auf der Computex neue Tablets vorgestellt. Acer Iconia Tab 10 und Iconia One 10. Leistungstechnisch und von der Ausstattung her keine großartig überraschenden Details. Teils, die Geräte dürften offensichtlich auf Multimedia ausgelegt sein, verfügen zum Beispiel über 4 Boxen und einen integrierten Subwoofer mehr oder minder. Ja, keine schlechten Geräte, allerdings auch nichts Großartiges überraschend. Die Preise sind nicht schlecht, die gehen bei 170 Euro los. Wir kommen zum nächsten Smartphone von OnePlus, das OnePlus 5. Da wissen wir jetzt zumindest ein Datum, wann es denn angekündigt werden soll. Am 15. Juni soll es soweit sein. Dann hat endlich das ganze Gerüchteraten ein Ende. Das Einzige, was wir jetzt schon wissen, sie werden von dem Startup DXO Labs unterstützt. Das ist ein Startup, das vor allem auf Kameras bzw. auf die Qualität von geschossenen Fotos setzt. Wir kommen zu Twitter und da gibt es wieder eine neue kleine Änderung. Diesmal betrifft es die Nachrichten, also die Direct Messages. Da wird man jetzt in Zukunft dann trennen. Zwischen Nachrichten von den Leuten, die ihr geadet habt und zwischen Nachrichten, die nicht direkt eure Follow, also denen ihr gefolgt seid. Dementsprechend, ja, eine Sache, die wir im Endeffekt schon von Facebook kennen. Wir kommen zu Apple, mehr oder minder, eigentlich zu Amazon Alexa. Und da gibt es eine große Überraschung. Ich habe schon eine News getitelt mit, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Im Endeffekt setzt Kant Alexa jetzt den iCloud-Kalender auch bedienen bzw. versteht sich auch mit der iCloud. Anfang musste sich Amazon ja relativ große Kritik anhören, dass man eben keine Kalender- und Office-Lösungen unterstützt. Sie zogen dann sehr schnell nach, unterstützen mittlerweile den Google-Kalender, Office 365 und eben jetzt auch den iCloud-Kalender. Mit dem Skill ist es nachher möglich, einerseits a, die nächsten Termine abzufragen, aber auch b, direkte Termine anzulegen. Spannende Sache, Integration geht sehr einfach, startet auch in Deutschland jetzt unmittelbar. Dementsprechend, ja, einfach in der Alexa-App mal anmelden und schon ist man in seinem iCloud-Kalender quasi dabei und kann ihn per Alexa bedienen. Wir kommen tatsächlich zu Apple, da geht es um Carpool Karaoke. Die Serie, die jetzt quasi ein Spin-Off ja exklusiv bei Apple Music feiern soll, hat endlich ein Datum. Wir haben ja vor kurzem noch von einer Verzögerung berichtet. Jetzt ist das Datum raus. Am 8. August soll es losgehen. Wir schließen die heutige Folge, zumindest die News, mit einer Ankündigung einer neuen Pokémon-App. Auf Android sucht man bereits Beta-Tester. Im Endeffekt soll es eine neue App für iOS und Android geben. Pokémon Go ist es nicht. Eigentlich ist es so Pokémon Arena quasi, das kennen vielleicht alte Gameboy-Besitzer noch. Dürfte sehr umfangreich sein. Die Alpha selbst findet bereits jetzt statt, also die ist eigentlich gestern schon gestartet, geht bis 9.6. Das heißt, es sieht eigentlich so aus, als wäre man schon sehr, sehr weit. Ja, schon angekündigt, ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache und zwar möchte ich auf ein Jubiläum hinweisen. Heute ist der 1. Juni, der Giktok Daily ist am 1. Dezember gestartet. Das heißt, wir haben unser erstes halbes Jahr voll. In dem Sinne, mal ein bisschen Schulterkopf und zumindest auf die Schulter der beiden Kollegen, dem Achim und dem Martin. Wir haben es ein halbes Jahr geschafft. Freut mich sehr. Ich hoffe, euch freut es auch. Ich kann mal so viel sagen, wir sind noch kein bisschen müde. Es wird noch weitergehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir am Giktok Daily. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und hoffentlich auch auf ein nächstes halbes Jahr. Bis bald und ciao. Hört mehr Giktok.